Spotlight wird präsentiert von Hammer Fitness, jetzt auch in Zürich. Hammer Fitness Geräte für mein Zuhause. Direkt vom Hersteller und ZEG geliefert. Hammer Fitness Store an der Harturmstrasse 135 oder auf hammer-fitness.ch Don't need no guiding lights, not light magic light, I want the spotlight light. Buonasera und herzlich willkommen bei Spotlight. Heute dreht sich alles um den Trank der Könige, nämlich um den Weiss. Traditionshaus Vergani feiert ihr 125. Jubiläum. Und wir von Spotlight, wir sind auch von Ort und ich würde sagen, wir mischen uns gerade mal unter das Volk oder unter die Königsklasse der Weinwelt. Spotlight! Städtentropfen hüllt der Stein. Wer ein ganzes Jahrhundert und noch ein Viertel obendrauf mit Wein handelt, versteht sie das Fach. Die illustre und farbige Versammlung vor- und imkaufleute, von jung und alt und traditionell und urban, untermalt ausserdem, wie stark doch die Verbindung der Menschen zum edlen Nass ist. Und trotzdem empfangen werden wir bodenständig und familiär. Also heute Abend feiern wir eigentlich unseren 125-Jährigen hier in dem wunderschönen Kaufleuten. Wie der Vater, so der Sohn. Vergani ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation, 1892 gegründet und eben darum feiern wir uns 125-Jährigen Jubiläum. Dabei ist der Vater, die Mutter, meine zwei Geschwister. Und ja, wir sind schon lange, also wir sind schon ewig in Zürich zu Hause und möchten das auch entsprechend hier in Zürich zu zelebrieren. Erinnern Sie sich an das Jahr 1890? Okay, fair enough, mehr auch nicht. Einfach nur, um das kurz mal in eine Relation zu stellen. Das Auto ist gerade erfunden worden, ebenso die Schallplatte. Das Opernhaus in Zürich hat es noch nicht gegeben. Und der Vergani ist trotzdem schon da gewesen. 1890 hat das angefangen mit der Armut von Italien, wo es natürlich viele Flüchtlinge gab aus Italien, viele Leute, die nach der Suche nach Arbeiten gewesen sind. Und mein ur-ur-ur-urbeross Vater hat eigentlich am Bau des Opernhauses mitgeholfen und hat einfach so angefangen, ein bisschen Wein zu verkaufen, ein bisschen Salami zu verkaufen bei den Italienern in der Community. Und so hat sich das stetig langsam entwickelt. Eine tolle Geschichte, die mit einem rauschenden Fest zelebriert wird. Und wie das bei den Italienern mal so ist, ganz egal ob Weinhändler oder Schuhmacher, niemand soll sagen können, es habe ich nicht genug zu essen gegeben. Und zwar so richtig, richtig feines. Geben wir Pasta zicken? Ja, okay. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Alles, was grosse Schüssel sind, grosse Tees. Einfach nachkochen geht übrigens nicht. Nur die Tatsache, das Geheimrezept der besten Pasta zu kennen, bedeutet leider noch nicht, dass man es auch kann. Das Geheimrezept sind immer die Produkte. Und das zeige ich immer Liebe. Weil hausgemachte Pasta verauft Geduld und Liebe. Wer den Tipp wortwörtlich beherzigt, wird dem Küchenchef eines Tages danken. Auch am stellvertretenden Küchenchef seine Tipps sollte man nicht ausser Acht lassen, der, der Frage ane, was absolute No-Go heute Abend auf dem Teller wäre, kurz und trocken reagiert. Vorgegockte Pasta. Ja, ja, so einfach ist es manchmal. Nicht einmal der gute alte Julius, hätte solche Weih können bieten, geschweige denn trinken. Und auch wenn die Metapher mit dem Zepter irreführen scheint, so basieren italienische Familienunternehmen im Gegensatz zu vor 2000 Jahren, ganz im Sinn der Verganis, auf Ehrlichkeit. Irgendwann wird ein Tag kommen, wo man natürlich ein Zepter übergibt. Und dann liegt es ein bisschen an uns, ein bisschen das nächste Kapitel zu schreiben. Aber wir wollen sicher nichts verändern, sondern die Arbeit, die vorhin geleistet wird, einfach weiterzugehen. Und dieser Tag scheint näher als je zuvor. Bald wird ein neues Kapitel geschrieben. Ich werde auf Ende Jahr die operative Führung abgeben, mich verschiedenen Projekte widmen, wo wir einfach nie Zeit gehabt haben. Und noch intensiver, meine Kunden, Freunde zu besuchen. Was für verschiedene Projekte denn? Ja, eins ist sicher bald spruchreif. Wir werden ein neues Geschäftsdomizil bauen. Wo lehne ich jetzt noch in der Schwebein? Und ja, wir haben keine Platz. Wir haben noch das Glück, wir wachsen. Und ja, das ist mal eins. Wir verneigen uns, nehmen dabei schnell einen Schluck, wenn wir schon so nahe am Glas stehen, und wünschen den Verganis im Chor alles Gute zum 125. Geburtstag. Happy Birthday to you. Alles Gute zu den 125 Jahren, Familie Vergani. Und ja, auf die nächsten 125 Jahre. Happy Birthday. Happy Birthday. Vergani, Happy Birthday. Alles Gute zum 125. Und nochmal 125 Jahre drauf. Weil wir haben immer Nachwuchs versorgen. Und dass es immer gute italienische Möste in der Schweiz hat. Und wirklich, alles, alles Gute. Danke vielmals, Familie Vergani. Danke für die Einladung, schön sind ihr da. Und alles Gute und lasst heute noch kraken. Wir unterstützen euch. Manchmal braucht man etwas Feins zum Essen und zum Trinken. Manchmal ist aber auch etwas Anderes angesagt. Hauptsache, man weiss, wenn und wo etwas läuft. Spotlight. Die romantische Eisbahn am Zürichsee. Machen Sie Ihre Events im Winter zu etwas Aussergewöhnlichem und nutzen Sie die einzigartige Life on Ice Location in Küsnacht für Ihren privaten oder geschäftlichen Anlass. Spotlight. Noch auf einer Suche nach einer passenden Location für ein Jahresessen, Weihnachtsfest oder die Firmafeier im Sorrel Hotels Hunnetal in Düberdorf werden Sie sicherlich fündig. Das und weitere Angebote auf www.sorrelhotels.com Wir freuen uns auf Sie. Also wenn man sich mal ein, zwei Gläser erlauben darf, dann wohl heute. Wer gerne zelebriert seit 125 Jahren Genuss auf allerhöchstem Niveau. Und wir lassen uns die Möglichkeit nicht mehr länger entgehen. Was ich nachher in den Ausgang noch finde, sind wir uns am Samstag bei Spotlight immer um 10.08 Uhr auf TeleZürich. Ciao ragazzi. Spotlight. Spotlight ist präsentiert worden von Hammer Fitness, jetzt auch in Zürich. Hammer Fitness Gerät für mein Zuhause. Direkt vom Hersteller und ZEG geliefert. Hammer Fitness Store an der Harturmstrasse 135 oder auf hammer-fitness.ch